Wo kommen die Veden her? Hallo und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Fragen zu indischen Schriften. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Wo kommen die Veden her? ist die Frage, die mir heute gestellt wurde. Die Veden sind uralte Schriften. Sie stammen aus Indien. Also die einfache Antwort, wo kommen die Veden her? Aus Indien. Und zwar höchstwahrscheinlich aus Nordindien. Sie sind irgendwann entstanden, vermutlich zwischen dem zweiten und ersten Jahrtausend vor Christus. Sie wurden über viele Jahrhunderte mündlich überliefert. Die Veden sind hier in Versform geschrieben. Sie wurden eher gesungen als gelesen. Und sie wurden so gesungen, dass man sie rezitieren konnte. Und sie wurden auswendig gelernt und so über mündliche Überlieferung weitergegeben. Und weil sie eben in Versform waren mit einer bestimmten Melodie, konnte sichergestellt werden, dass sie nicht verändert wurden. Und es heißt auch, dass die Worte und der Klang der Veden noch wichtiger ist als der Inhalt. Und so kann man relativ sicher sein, dass die Veden in mündlicher Überlieferung ziemlich genau weitergegeben wurden. Also anders als prosaische Erzählungen, wie zum Beispiel Märchen oder andere Mythen, die werden ja ständig verändert. Was bei den Veden anders, weil eben der Klang als heilig galt und die Worte als heilig galt und jeder Satz einen Mantra-Charakter hat, haben sich die Inder jahrhundertelang Mühe gegeben. Ja, oder waren sehr exakt darin, die Veden genau Wörter zu geben. Und so sind die Veden erstmal über mündliche Überlieferungen weitergekommen, bis sie irgendwann im ersten Jahrtausend vor Christus niedergeschrieben wurden. Ja, wenn du mehr wissen willst über die Veden, auch den Inhalt der Veden, dann geh auf unsere Internetseite www.yoga-vidya.de und gib ins Suchfeld ein Veden. Vielleicht noch etwas, wo kommen die Veden her? Aus göttlicher Offenbarung. Nach der Mythologie hat Brahma, der Schöpfer, erst die Veden geschaffen, das Wissen des Universums. Und mit diesem Wissen hat er dann die Welt geschaffen. Und als er dann die Menschen geschaffen hat, hat er ihnen auch die Veden gegeben, das spirituelle Wissen. Und er hat es den Rishis offenbart, den Sehern, die das weitergegeben haben, als ihre Schüler. Und so, wo kommen die Veden her? Aus göttlicher Offenbarung. Aus göttlicher Offenbarung. ï